Gibt es Möglichkeiten, das Wudu für Frauen unterwegs zu erleichtern, zu kürzen? Der Wudu ist schon sehr leicht, aber wenn eine Frau nicht die Möglichkeit hat, ihr Hijab abzunehmen, das heißt ihre Kopfbedeckung, dann kann sie eine Strähne herausnehmen, über diese Strähne streichen und über den Rest des Kopftuchs, wenn sie es nicht abmachen kann.